Jetzt mag ich die. Na, kommst du wieder Haare zupfen? Der Rüben rückt. Und du? Mach mir mal heute wieder die Frisur, Pixi. Wie hättest du es denn gerne? Weißt du noch nie? Das war's halt schon. Der Rest kann so bleiben. Echt jetzt? Der Michi muss tun. Warte los. Ja, Fräuchchen hat hier ein bisschen noch in Fräuchens Gesicht zu tun. Weißt du? Hier so diese Wimperdinger schwarz machen. Kuik, kuik. Kuike, kuike, kuik. Luft kann ruhig da bleiben. Ja. Jetzt hätte ich fertig. Jetzt würde ich selber hier mit diesem Haarzeug was machen. Musst du da noch mal rein, Pixi? Oder bist du fertig? Kann ich jetzt machen? Ja? Du kuik, kuik. Du siehst du, äh? Kuik, 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 kuik. Jetzt noch so ein bisschen die Haare sortieren, ja? Hmmmm. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. So, entscheide dich mal. Kannst du dich entscheiden? Nein? Kannst du dich nicht entscheiden? Kannst du dich nicht entscheiden, wie du deine Zappelmaus? Gut, dann muss ich entscheiden. Ja. Ja.